Heute gibt es aber mal Odenwaldsatt. Jetzt stehe ich im Benzenpülzkopf oben drauf im Steinbruch. Da hinten, das ist der Rossberg bei Rossdorf. Noch mal weiter die Schwenk. Jetzt sieht man da vorne das Kaff. Das ist Rheinheim und Großbiberau, also Großbiberau und Rheinheim. Dann ist da vorne der Berg, das ist der Forstberg. Da gibt es jetzt ein alter Vulkan ist das. Jetzt sieht man noch so Kugeln drin, so Volkalkugeln. Und dann dieses super schöne Fleckchen da oben. Das ist der Hundertmagen. Kann man sich auch vorstellen. Hundertmagen Land. Das sieht man ganz deutlich. Der Hundertmagen. Ich gucke es mal ein bisschen ran. Ich werde es nicht schaffen. Schwierig. Der Hundertmagen. Hundertmagen Land. Kann man sich doch richtig vorstellen, warum das überhaupt so heißt. Mal weiter den Schwenk. Dann sieht man da hinten den Otzberg. Da ist der schöne Otzberg. Die Wahnsinns-Aussicht. Ja ja, in der Heimat ist es schon schön. Ganz hinten, da kann man sogar das Kraftwerk Staudicker erkennen. Das gibt das Handy jetzt nicht mehr her. Da ist nämlich das Spessor da hinten. Nicht schon sehr unscharf. Ja.